Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde im Mittelalter. Wir bauen die nächste Brücke und unsere Aufgabe dieses Mal ist, verstärke und überdache die Brücke. Mindestens zwei Einheiten des Konvois müssen weiterkommen. Rette drei Einheiten, um die Krone zu bekommen. Okay, schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben eine einfache Brücke, das heißt wir sollen eine Überdachung hin machen. Das heißt wir nehmen den Teil hier weg. Alles ist ja schön stabil und so weiter, aber wir möchten das Ganze natürlich noch ein bisschen sicherer machen. Das heißt hier jeweils eine Zweierstrebe nach oben. So und auch beim letzten. Und wir bauen überall Querstreben ein. Damit, meistens kommen ja die Meteoriten oder der Steinhagel halt eben von oben links. So, die Brücke hält schon von alleine gar nicht. Dann probieren wir das Ganze dieses Mal schön mit Stein zu machen. Das heißt wir bauen hier jeweils nach oben. Und können jetzt über Seile das Ganze verspannen. Wir brauchen allerdings natürlich noch ein bisschen Holz dafür. Das heißt wir gehen hier um Sonnenwinkel und quer hier auch nochmal, dann auch nochmal hier. Einmal und... Ach, ich bin vorm falschen rausgegangen. Moment... Machen wir jetzt auf diesen hier und auf diesen. Und jetzt das Ganze mit Seilen hier noch ein bisschen absichern. Das heißt der hier sichert den ab. Der hier sichert den ab. Der geht auch auf die beiden. So, und jetzt jeweils nach unten. Einmal, zweimal. Einmal, zweimal. Und wir schauen uns das Ganze nochmal an. Reicht es uns schon? Also, die Queryten kommen schön rein. Und noch irgendein großer oder so? Ne, ist halt alles sehr, sehr schön. Das wird alles schön ausgeglichen. Und alle drei Einheiten sind durchgekommen. Ja, das war unsere nächste Brücke. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Runde. Hier dann mit dem letzten Teil dieses Bereichs. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Habe ich gerade eben schon mal gesagt. Und bis morgen. Bis dann.